Ich hab kurz gedacht von Elb versagt, Alter. Nein, er ist Rost. Nein, das könnte logisch klingen, was ich jetzt versuche. Was habt ihr denn hier alles genommen? Okay, gut. Wenn es braucht. Genau, da wollte ich dich gerade hin direktieren. Ha. Steve, ist das nicht verhaftet? Na ja. Ich hätte vielleicht doch den Drucker nehmen sollen. Es kann doch nicht wahr sein. Ja gut, dann verlasse ich euch jetzt auch an der Stelle. Schönen Abend. Schönen Abend. Servus. Ciao. War ja schon leer. Moin. Da war das der Typ. Da war schon wer drin. Ich komm da rein. Was für das denn hier. Obere Self ist leer. Ich dachte, ich guck nicht richtig, Alter. Ja. Der Tag hat irgendwas geschossen. Kamera oder irgendwas. Ja, die Kameras sind wieder kaputt. Ich guck nicht. Ich guck mich nicht. Ich guck mich nicht. Ich guck mich. Aufs Umziehen bitte, nicht vergessen. Hm? Ich bin nur 25k, also das schaffts easy. Geht weg. Guck. Guck. Schöpfe Kampan richten sich. Da sind wir bereit. Eey, du bist doch blöd. Das kostet den Zuhör. Danke dir. Oh! hätte man das auch bei oben da ging es ganz schnell das war ja nochmals Das war's für heute. Mit mir? Was ist meinst du? Grolli. Okay. Wir haben Meisterdief. Äh. Das ist der Pilot und der, wo die Turrets placen kann, in dem Fall. Das war... ja. Ich stand direkt hinter dir. Ja. Wer lebten jetzt noch alle? Lass mich nicht drum befragen, es ist doch eh oben. Wollt doch du freundlich sein. Ja. Oh fuck. Von Potter schossen ist Peter. Wunz Potter, ja. Wunz. 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 Ja, wer ist der Letzte? Du und der Siemens. Was ist der? Bist du? Bist du da? Weißt du wo die gerade sahen? Ja, beide in der Tutorial. Oder gerade gewesen. Vor 10 Sekunden oder so. Das sind beide erfunden. Der andere geht gerade außen zur Kamera. Das schaut aus wie im Schlachtfeld, oder? Gott muss aufs Häusel. Nichts anständig stöhnen, das geht nicht. Ah ja, doch. Verdammt. Das war bitter. Ich hab kurz gedacht von Elbversorgter. Nein, er ist draußen. Von der Wand läuft es irgendwann. Es geht sich nicht aus, es geht sich nicht aus. Ich hab scheiß die Wunder. Hat der Inni den gutenagten Tresorschuss gemacht? Ich war im Tor. Du warst im Tor. Wir haben schon gedacht, danke. Er läuft genau bei so einem NPC vorbei und ich treff den. Das ist eigentlich die beste Taktik. Ja, eh. Ich war aber nicht gefühlt. Wie viel brauche ich jetzt noch? 11.000. Wir müssen. Was? Wie viel brauche ich jetzt? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Oh, was willst du da? Oh ja, oh ja, das ist ein guter Move, äh, do it. Yes, nächster. Und dann dahinter gibt's noch mal. Nimm's mit. Na, mach. Du hast keine Zeit, du musst das Geld nehmen, nimm's Geld. 20 Sekunden, oder? Perfekt, jetzt gehst du dorthin, wo du warst. Eisen U-Bahn. Läuft hinten noch rauf. Ja, nee, nee, raus, raus, raus. Links, 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 links. Da ist auch noch Geld, da ist auch noch Geld. Oder equipp die Waffe und finish him. Das. Perfekt. Entweder hier oder da. Ja, iss. Yes, go, 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 go. Achtung, er spawnt gleich wieder beim Polizeiauto. Oh, ist das Scheiße, Alter. Hinter dir, rechts, 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 rechts. Rechts ist noch keiner. Jetzt, schnell, schnell, schnell. Du musst jetzt. Ah, schade. Nein, ich bin nicht mehr wagenfähig, Alter. Ich wollte gerade losdrücken. Los. Hey, da vorne. Hey, da vorne. Hey, da vorne. Was ist das für ein Miese? Hey, da vorne. Hey, da vorne.